test 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 ich drücke jetzt auf fortsetzen zu bild so liebe so liebe freunde damit begrüße ich euch hier ganz herzlich zu einer weiteren folge watchdogs ich glaube es mittlerweile auch schon die ich weiß nicht siebte folge wenn man ein bisschen leise machen mein sound ich glaube es ist die siebte folge und ja wir sind immer noch bei der entkommen mission ich stecke jetzt hier ein und versuch jetzt den kopf zu entkommen da links ist ein versteckt das heißt ich fahr jetzt mal zurück und dann versuche ich mal hier in das versteck reinzufahren hier ist doch ein versteck hier muss das versteck alter ich komme mit der störung überhaupt nicht zurecht ich schwelle ich bremse ihn aus wer macht es Verdächtiger, geht zu Fuß unterwegs! Waffe! Kommt da noch einer? Führt vor uns, nehmt ihn ins Kreuzfeuer! Achster 9, Verdächtiger aus der Führung! Ausbestimmung auf dem Weg! Ich ramme! Ja, du hast mich gerannt. Halten Sie Ihr Fahrzeug an und ergeben Sie sich! Nein, werde ich nicht. Wo? Wo? Hier spricht die Polizei! Fahren Sie sofort ran! Nein! Wie kann man denn jetzt? Boah! Stop! Sofort! Wer hat die Palle ausgefahren? Ja? Ich klopf mal an! Der Heli? Was mache ich denn jetzt mit dem? Der Heli? Was mache ich denn jetzt mit dem? Ein Techniker flüttelt zu Fuß! Wir haben ihn im Auge! So! Ich muss ein... Ich muss einsteigen! Nein! Den nehme ich auf die Hörner! Passt auf! Halten Sie das Fahrzeug an! Sofort! Nein! 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 Geh mal raus! Scheiße, Zivilist getötet! Jawohl! Sehr gut! Sehr gut! Weiter, 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 weiter! Noch keine Spur vom Verdächtigen! Wir haben den Verdächtigen verloren, aber wir suchen weiter! Ja, ja, ja! Ist gut, wenn ihr mich verloren habt! Ihr findet mich nicht! So! Ihr findet mich nicht! Ihr findet mich nicht! Ihr habt vielleicht einen neuen Wagen! Ja! Ja! LS 938, Charlie hier! Wir fahren zurück zur Wache! Finde ich gut! Video-Scan autorisiert! Starte jetzt die Suche nach Verdächtigem! Okay! Oh shit! Schnell! 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 Ich muss hier raus! Bewege doch dein Hindern! Wohin! Wollt mich jetzt verarschen, oder? Halt! Sofort! Scheiße, schick mir Leute! Alter, der Scheiß zieht hier bei ESScan, ey! Kann mich mal am Arsch leppen! Oh! Dieser Dreckskal wird uns nicht entflicken! LS, wir haben ihn aus den Augen verloren! Er ist weg! Ja, bin ich! Boah, verpiss dich doch! Oh oh! 948, Adam für Leitstelle! Wir fahren zurück! Map öffnen! Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn? Nein! Ich bin hier! Ziel! Okay! Nein, 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 nein! Einsteigen! Oh oh! Die Karre hat sich auch nicht mehr so gut an! Puh! Okay! Haben wir das endlich mal geschafft! Blum heuert private Unternehmen an. Oh, wollte ich nicht unterbrechen. Tut mir leid. Was ist das Sammelbares? Erreichen sie den Kasten und halten sie ihn zu hacken. Wie weit ist denn der weg? Ich bin auch bereit. Spreng ich das mal? Achso, geht nicht. Okay, gut. Hups. Nichts passiert. So, das sind ja auch ganz viele schöne Autos. Was ist das? Fixer Auftrag, Wegpunkt sechsen. Äh, ja. Okay, aber trotzdem mal kurz, was das hier ist. Ob ich das hier öffnen kann? Ne. Okay. Dann fahre ich schon mal hier mit dem Wagen weg. Perfekt. Und dann machen wir den Fixer Auftrag. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich richtig fahre. Das heißt denn etwas so. Oh. Ups. Ja, Fahranfänger. Das sehe ich genauso. Das könnt ihr aber alle nicht. Jawohl. Da wäre noch ein Geldautomat gewesen. Hm, shitty shitty shitty. So, pff. Oh, wo muss ich denn hin? Oh. Oh. Oh, weg. So, fixer Auftrag. Weg. Weg. Hier köchtern die raus. Fixer Auftrag. Nein. Ich möchte den Fixer Auftrag mal nicht ins Auto einstellen. das auto muss so schnell wie möglich geliefert werden mit minimalen schäden das ist doch genau mein ding und ich kann ein paar gute abkürzungen das auto was ich glaube überhaupt kein auto wo muss ich denn jetzt hin besorgen das auto da kein problem einsteigen bringen sie es zum übergabepunkt muss ich bloß kurz den wegpunkt setzen das ist diesmal gott zu danken dass ein waffeln lassen waffen laden muss halt ich kann da nicht aussteigen müssen wir gleich noch machen wenn wir mit der mission hier fertig sind wir müssen uns auf jeden fall mal mehr sachen hier anschauen und auch mal ein bisschen abwechseln hier reinzubringen wenn zum beispiel keine ahnung das mit uns im ctos-dings erweitern und mal auf eine andere insel gibt es ja glaube ich auch wir sind jetzt nur hier auf der ganz linken insel es gibt wahrscheinlich noch was ich wie viele milliarden aufträge ne das ist wahrscheinlich nicht aber schon ein paar hundert ah polo so erstmal die polo ausfahren was ich muss da in einer bestimmten zeit hinkommen ach du scheiße sag mir das doch ich hab dann nicht mehr gesehen dass ich da in einer bestimmten zeit hin oh shit tut mir leid einsteigen ich hab eine minute 30 zeit ok ok wegpunkt setzen losfahren und nicht aussteigen das waren grad die paar sekunden alter das waren die paar sekunden wo ich ausgestiegen bin wahrscheinlich nicht so und jetzt nicht behindert fahren sondern schön Alter was rubbeln denn das so ich hab davor noch nicht gerubbelt oh oh ok oh ich hab das auto kaputt gemacht deshalb weh also kriegt er jetzt weniger geld oder was alter ich bin doch ich bin doch vorhin die ganze zeit gegen ampeln gefahren und so und es gibt keinen abzug ja sehr gut guck das ups ich hab einen zivilisten getötet NEEIN das tut mir so leid oh ja ok das schaffen wir jetzt eigentlich ist ja nicht mehr weit oh warte warte bin ich ja vorhin auch lang gefahren bin ich ja vorhin auch lang gefahren oh 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 noch ganz wenig zeit aber das schaffe ich das schaffen wir nein dreh dich nicht oh erreichen fahren steh oh oh ich schaffe ich es ok wo muss ich hin wo muss ich hin wo muss ich hin was da hin dn scheiße 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 smash nicht schnell denn zehn sekunden schon weg 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 alle weg also was ruckelt das so jedes mal gar nicht ok schnell schnell wir haben nicht mehr so wird jubel schlicht verarschen ich bin mir ganz sicher dass es davor nicht geleckt hat tut es nur gleich nicht mehr mit dem cts verbunden mach schnell mach schnell schaff ich nie brücke oh 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 jawohl ups tut mir leid wo muss ich denn wo muss ich denn ja ja oh das könnte gerade so reichen wenn du jetzt sagst wo hier was nein fuck scheiße wie kann ich denn das ich bin in den laden reingefahren was zum fick bewegt dich so schnell schnell ups was ist hier so viel los ja klar das hat gerade alles kein abzug bekommen abzug gekriegt sicher sicher wo jetzt muss ich markieren dahin los geht's ich bin 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 hier kam das betten okay handy spiel wir einfach nur sagen dass wir hier bei der kampagne weitermachen oder gibt es in cts turm gibt es ja nicht leute nicht okay dann machen wir mal hier wieder ein mini game zwar city games so muss es irgendwie erreichen ich brauche ein auto am besten das hier kriegt niemand mit den kann ich alarm auslösen macht doch macht doch und jetzt habe ich ein cts ich habe es gar nicht geblickt was da stand okay ist egal so machen wir mal das mini ah ne spiele ich in die richtung so rechts mega geil nichts passiert das kommt bestimmt gleich wieder fahre anfänger sonst parken wir mal schön wo ist denn das bitte da drin nein nicht sie hierhin so aussteigen und jetzt sind hier irgendwo die games da drin ja